So, dann machen wir mal hier weiter. Gucken wir uns das bei Tageslichtern nochmal gut an. Ob ihr irgendwo gefuscht habt, Jungs. Dann kommen wir genau hier hin. Und ja, da wir jetzt mittlerweile so viel Stein haben, disponieren wir mal ein bisschen um. Kann mir sogar hier jemanden schnappen und dann fangen die Steinvorräte ein bisschen umzuschlichten. Einfach, dass wir auch ein bisschen was zu tun haben, während die anderen am abbauen sind. Also während die Brickfords ihre Arbeit machen. Vor allem die nehmen wir mal aus den interessantesten Stockpiles die Steine. So, dann tue ich zwei. Und dann tue ich zwei. So, schaffen wir auch ein bisschen Ordnung. So, dann kommen wir die Frage, wenn wir nicht in Schlecht haben. So, dann sind wir auch schon alle anderen hingewiesen. Und dann gehen wir trotzdem auf der Kunde und jetzt kommen verlassement. Jetzt. Da bin ich dran. Da bin ich dran. Einfach mit den Steinen von hier, hier oben alles auffüllen. Wie nett, dass du das Zeug hierher bringst. Ich habe keine Anhaltschreiber für die Runde gehört. Ich habe das Verlust von hier. Ich habe das Begegnet, dass ich hier eine Anhaltschreiber verabschied habe. Ich habe das eine Anhaltschreiber für die Runde geöffnet. So, dann wäre es mal hier drüben vollständig auf. Da sieht es vor allen Dingen nicht so geplündert aus. So, dann machen wir erstmal den Stockpile voll. So. 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 Ups, das ist natürlich nicht so, dass wir das Select Connect. So, einmal noch von hier. So, einmal von hier. Ich wünsche, ich könnte da einen Kettenbefehl geben. Oder ich habe mich einfach gefragt, was das jetzt schon wieder soll. Weil da sind zwei angefangene Container und du wirfst es hier ab. So, ich möchte da wieder aufnehmen. Hallo, zurücklegen. Weil hier sollst du nehmen. So, ernsthaft. Nimm dir bitte von hier Steine. Ja, und jetzt kannst du flätten gehen. Oh, und es ist sehr schön, wie es auch wieder Tag geworden ist. Jetzt können wir uns das Ganze hier mal anziehen. Nö, wir haben alle Steine gefüllt. So, jetzt geht's gut. So, jetzt geht's gut. Das ist auch echt die Frage, immer wieder, wenn ich so daran denke, auch wenn es gemein klingt, ob man die Bricktrons dazu bringen kann, sich... ähm, die Insel unter den Füßen wegzugraben. Wobei ich kann eigentlich, ich muss hier genug Erde teilen, ja? Kann ich soweit gehen und das soweit ausweiten. So, da ist bald alles gefüllt, bis auf das Pitzelchen hier. Yay! Oh, und in der Zeit, wo wir mit der Erde jetzt rumgespielt haben, sind wir auf... Nur noch zwei Schichten runter. Also fast. Ja. Oh. 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 Ich schaue ihn, aber auch nicht. Ich schaue ihn. Ich schaue ihn. Ich schaue ihn. Ich schaue ihn. So, sieht doch fast schon richtig gut aus. Dump, dump! Dump! So, du bist vom Flatten-Task. Du bist auch vom Flatten-Task, dann nimm dir mal da. Du bist vom Flatten-Task, nimm dir auch mal da. So. So, jetzt Hop-Hop-Bewegung. Das sieht doch sowohl hier als auch hier sehr gut aus. Ah, sechs Steine werden zerhalten bleiben. So, du verscheinest nicht den Stein. So. 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 dass er keine Treppe hat. Mal gucken, dass ich das hier als Treppe benutze und natürlich den Weg hier. Ja, komm du mal her. Du hast die Ehre, die Treppe fertig freizugraben. So. 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 So denke ich, dass die Zeit heute in der Aufnahme-Session wieder nicht reicht, um hier fertig zu werden. Vielleicht kurz vor knapp fertig werden, aber nicht ganz fertig, zumal wir hier noch kleine Friemel-Arbeiten haben werden, was mich allerdings dazu bringt, äh, nein.